Herzlich Willkommen bei mir in der Küche ich bin die Dani und ich möchte euch heute gerne ein Rezept zeigen es handelt sich um die Milky Way Muffins das sind Muffins die schnell gemacht sind die super gut schmecken für zwischendurch zum Kaffee finde ich die ganz toll und ja ich habe sie auch schon fertig gebacken ich bin jetzt gerade dabei um dieses Chaos zu beseitigen ich weiß nicht wie es bei euch immer nach dem Backen aussieht aber bei mir türmen sich hier die Schüsseln und die Bestecke und so weiter ja kommt einfach mal mit ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei die Zutaten 40 Milliliter Sahne 80 Milliliter Milch 150 Gramm Milky Way 300 Gramm Mehl 3 Teelöffel Backpulver 100 Gramm Butter 120 Gramm Zucker ein Päckchen Vanillezucker und drei Eier Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.